Hallo, hier ist Nadine. Herzlich Willkommen zum heutigen Video, zum Thema Wann und wie musst du handeln, um deinen Wunsch zu manifestieren? Ich weiß, das ist ein Thema, das ganz viele von euch beschäftigt. Wahrscheinlich hast du dich auch schon einmal gefragt, was muss ich denn machen, um meinen Wunsch zu sehen? Wann muss ich handeln? Was sind die richtigen Handlungen? Und was sind die falschen Handlungen, die mich nicht weiterbringen? Und das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Und ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo zusammen, schön seid ihr da. Hallo Ralf, hallo Luisa, hallo Pia, hallo Franco. Schön seid ihr alle da. Genau, also, wie gesagt, das ist ein Thema, das hat mich früher auch sehr beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, okay, ich verstehe, dass ich mich bereits so fühlen muss, als hätte ich meinen Wunsch schon. Ich muss meine äussere Realität in dem Sinn ignorieren und so tun, als hätte ich das alles schon, was ich möchte. Aber ich habe mich da immer gefragt, okay, aber wann muss ich handeln? Ja, weil mein Mindset damals war sehr, sehr handlungsorientiert und ja, genau um das geht es heute. Ganz, ganz spannendes Thema. Hallo Jan, hallo Maria, schön seid ihr da. Also, ich möchte starten, indem ich dir den Wunschablauf nochmal erkläre. Dann kannst du dir das Schritt für Schritt vorstellen, was da genau passiert. Also, das Erste ist ganz klar, du definierst einen Wunsch. Und das Spannende an dem ist, das muss nicht immer bewusst passieren. Das heißt, du musst nicht immer eine Liste schreiben mit dem, was du möchtest, damit das Universum weiß, was du willst, sondern das kann auch unbewusst passieren, dass du einfach im Alltag gewisse Dinge erlebst, die du nicht möchtest und wo du dann denkst, ich hätte es gern anders oder wo du einfach merkst, so, mit dem bin ich nicht zufrieden, das möchte ich nicht haben. In dem Moment, wenn du das, wie gesagt, bewusst oder unbewusst definierst, ist der Wunsch parat für dich. Also, du brauchst dann nicht 10 Minuten zu meditieren und 10 Minuten im Lotus-Sitz da sitzen, damit du den Wunsch formuliert hast, sondern der Wunsch ist in dem Moment bereit, wo du ihn, wie gesagt, bewusst oder unbewusst wahrnimmst. Das kann zum Beispiel sein, wenn du in der Arbeit bist und dann merkst du, das sagt dir nicht zu, der Job gefällt dir nicht, die Menschen sind nicht auf seiner Wellenlänge. In diesem Moment hast du den Wunsch geäußert nach einem besseren Job. Aber das ist nicht nötig, dass du dann aufschreibst, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich, weil das Universum und dein Inneres Wesen, die wissen bereits, was du möchtest, ja. Ich kann gerne über dein Inneres Wesen dann noch ein separates Video dazu machen, wo ich dir erkläre, was ich genau damit meine. Aber das Wichtigste hier ist, dass du verstehst, dein Wunsch ist bereits existent. Du siehst ihn noch nicht, ganz klar. Er ist auf einer anderen Schwingung. Ja, er ist noch unsichtbar im Moment, aber der Wunsch ist da. Hallo Diana, schön bist du da. Hallo Annika, schön seid ihr alle da. Also, wie gesagt, dann das Zweite. Der zweite Punkt beim Wunschablauf bedeutet, dass das Universum dir deinen Wunsch erschafft, ja. In einer anderen Realität, in einer anderen Schwingung ist dieser Wunsch bereits für dich da. Ja, und der dritte Punkt ist dann dein Job, ja. Nämlich, dass du dich mit deinem Wunsch in den Einklang bringst. Das hast du wahrscheinlich, wenn du mir schon länger folgst, schon ein paar Mal gehört von mir. Das bedeutet, dass du dich bereits so fühlst, als hättest du deinen Wunsch schon. Ich mache jetzt das Beispiel mir mit der Jobsuche, ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Job, den du nicht gerne magst, sondern hast du herausgefunden, du möchtest gerne einen anderen Job haben. Und wenn du dich jetzt mit diesem Job in den Einklang bringen solltest, ja, dann bedeutet das, dass du dich bereits jetzt schon befriedigt fühlst. Dass du jetzt schon glücklich bist. Dass du nicht die ganze Zeit sagst, mein Job, der gefällt mir nicht. Wann kommt endlich ein neuer Job? Sondern, dass du weißt, der Job ist unterwegs und darum kann ich meine momentane Realität ignorieren, ja. Das bedeutet auch, dass wenn du limitierende Glaubenssätze hast, dass du diese neutralisierst, dass du diese loslässt, ja. Wenn du zum Beispiel einen Glaubenssatz hast, jetzt in Bezug auf diesen Job, der sagt, ja, für mich gibt es eh keinen richtigen Job oder alle Jobs, die es für mich gibt, die sind irgendwie blöd, also die mag ich nicht, ja. Wenn du solche Glaubenssätze hast, dann ist es ganz wichtig, dass du diese neutralisierst, weil so bringst du dich in den Einklang damit, ja. Also, dass du dich bereits schon so fühlst, als hättest du diesen neuen Job schon jetzt in diesem Beispiel, dass du die limitierenden Glaubenssätze auflöst, dass du Zweifel loslässt, dass du einfach wirklich vertraust, dass das Universum dir diesen Job jetzt bringen wird und dass du das auch erwartest, ja. Dass du nicht denkst, hoffentlich, vielleicht, kommt das, sondern dass du eigentlich wirklich hier eigentlich vor das Universum stehst, ja, vor das Universum trittst und sagst, Universum, ich erwarte, dass du mir das bringst, ja. Und so kommst du, wie gesagt, in den Einklang damit. Das ist jetzt natürlich sehr abgekürzt, weil heute geht es ja um die Handlungen, aber einfach, dass du das verstehen kannst. Und dann, wenn du wirklich in diesem Einklang bist und das dauert nicht eine Stunde, sondern da musst du ein paar Tage in dieser Schwingung sein, ja, wenn du das ein, zwei Tage machst. Was ich dir da empfehlen kann, ist, dass du am Morgen bereits deine Schwingungsarbeit machst, ja, wenn du einen Wunsch hast, dann ist es am besten, wenn du am Morgen dich hinsetzt, ein paar Minuten und das Gefühl von deinem Wunsch kommst. Ich habe meine kostenlose Videoserie extra dafür gemacht. Das sind dann drei Videos, wo du schauen kannst, wie das genau geht, warum du das am Morgen machen sollst und ich zeige dir auch eine super coole Methode, die absolut lebensverändernd ist, die du da anwenden kannst. Ich stelle den Link gerne nach dem Video hier in die Kommentare und dann kannst du diese drei Videos schauen. Die sind, wie gesagt, kostenlos. Also, du bist jetzt im Einklang mit deinem Wunsch und dann passiert etwas Magisches und zwar, du kommst in die inspirierte Handlung. Das heißt, du hast plötzlich Ideen, die dir vorhin nicht gekommen sind. Wenn wir jetzt bei der Jobsuche bleiben, dann kann es sein, dass du plötzlich den Impuls hast, jemanden anzurufen, obwohl diese Person jetzt auf den ersten Blick nichts mit einem neuen Job zu tun hat. Aber du fühlst dich einfach inspiriert. Du kannst dich wie nicht davon abhalten, jetzt diese Person anzurufen. Und dann kann es sein, dass diese Person mit dir redet und plötzlich sagt, du, ich habe davon einen neuen Job gehört. Vielleicht wäre das was für dich. Und dann gehst du an das Vorstellungsgespräch und merkst, das ist genau der Job, den du gesucht hast. Das ist jetzt ganz grob. Und die inspirierten Handlungen, die kannst du so erkennen. Erstens mal, fühlen sie sich gut an. Das ist eine Handlung, die sich gut anfühlt, die sich auch relativ leicht anfühlt, wo du auch merkst, das macht mir Spass, da kann ich mich wirklich fast nicht davon abhalten, diese Handlung auszuführen. Und sich leicht anfühlen und sich gut anfühlen, heißt nicht, dass da wenig Arbeit darin steckt. Das kann ein Riesenprojekt sein, wo du aber trotzdem dazu inspiriert bist, gewisse Handlungen vorzunehmen. Und das ganz Wichtige, die inspirierten Handlungen kommen aus einem positiven Gefühl heraus. Weil du kannst dich zum Beispiel auch in dem Sinn negativ inspiriert fühlen, wenn du voller Angst bist. Wenn du sagst, oh, ich habe Angst, dass ich keinen Job finde und jetzt muss ich in das Internet gehen und schauen, was ich für einen Job habe. Und da fühlst du dich auch auf eine Art inspiriert, aber es ist eher aus einem negativen Gefühl. Und das bringt mich gleich zum nächsten Schritt, nämlich die uninspirierten Handlungen. Das sind die Handlungen, die die meisten Menschen ausführen. Das heißt, sie sind noch nicht im Einklang mit ihrem Wunsch, aber handeln schon, bevor sie eigentlich die innere Arbeit schon geleistet haben. Und die uninspirierten Handlungen erkennst du daran, dass sie aus einem negativen Gefühl herkommen, aus Angst, aus Sorge, aus Wut, aus Frust, ja, die fühlen sich schlecht an, ja, also du fühlst dich zum Teil auch verpflichtet, die zu machen, weil du zum Beispiel eben Angst hast vor der Konsequenz, wenn du es jetzt nicht machst. Das sind auch Handlungen, die sich mühsam anfühlen, die dir nicht leicht von der Hand gehen, die frustrierend sind sind und ja, wo du wirklich merkst, du handelst aus einem negativen Gefühl heraus. Jetzt im Beispiel mit der Jobsuche kann das zum Beispiel bedeuten, dass du aufwachst und riesige Angst hast, oh, ich muss jetzt einen Job finden und vielleicht läuft dein Vertrag ab und du musst innerhalb von zwei Wochen einen neuen Job haben. Und natürlich ist es klar, dass du da ein bisschen gestresst bist, aber wenn du jetzt voller Angst an dem Computer sitzt, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr klein sein, dass du in diesem Moment das richtige Jobinserat siehst, das dich dann weiterbringt oder dass du sonst eine Idee hast, die dich weiterbringt, ja, weil die inspirierten Handlungen kommen nur, wenn du hier auf die Schwingung deines Wunsches kommst, ja, also wenn jetzt hier dein Wunsch ist, bei dem ich dir erklärt habe, dass der schon existiert in dem Moment, wo du an ihn gedacht hast und wenn du hier unten bist in einer ängstlichen Schwingung, in einer besorgten Schwingung, dann stimmt das nicht überein, ja, und dann sind die Ideen, die dir hier kommen, kein Match zu deinem Wunsch, der hier oben ist. Das heißt, du musst dich in den Einklang bringen mit deinem Wunsch, du kommst auf die gleiche Schwingung und dann wirst du Ideen erhalten, die dich zu diesem Wunsch führen, ja, das sind dann eben wieder die inspirierten Handlungen. Ihr dürft mir übrigens gerne Kommentare und Fragen schreiben, wenn ihr dazu eine Frage habt, die Kira hat geschrieben, gilt das auch für nervtötende Nachbarn? Oh, es tut mir leid, dass eine Nachbarn nervtötend sind. Was meinst du genau? Meinst du das mit dem Wunsch? Vielleicht kannst du da noch kurz reinschreiben, wie du das genau meinst, dann kann ich dir die Frage besser beantworten. Genau, und wenn du jetzt bei deinem Wunsch merkst, die Handlungen fühlen sich noch nicht inspiriert an oder vielleicht hast du bis jetzt noch keine Handlungen, keine Ideen bekommen, um zu handeln, dann bedeutet das, dass du noch nicht konstant in diesem Einklang mit deinem Wunsch warst bis jetzt. Das ist aber nicht schlimm, das kannst du jederzeit ändern, ja. Wie gesagt, in meiner kostenlosen Videoserie zeige ich dir das ausführlich, wie du das genau hinbekommst, dass du dich jetzt schon so fühlst, ja. Und natürlich sind da auch noch die Glaubenssätze dabei, das ist dann noch manchmal ein anderes Thema, ein separates Thema, aber wenn du dich schon mal so fühlst, als hättest du deinen Wunsch schon, ja, dann kommst du deinem Wunsch schon sehr, 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 sehr viel näher. Und was ich dir noch auf dem Weg mitgeben kann, auf jeden Fall, dass du lernst, dich zu fragen, sind jetzt diese Handlungen, die ich ausführe, inspiriert oder uninspiriert, ja. Das muss nicht immer auf einen bestimmten Wunsch zutreffen, sondern du kannst dich auch im Alltag fragen, handel ich jetzt aus einem negativen Gefühl oder aus einem positiven Gefühl heraus. Wenn du merkst, du handelst oft aus einem negativen Gefühl, dann würde ich dir empfehlen, in diesem Rahmen, wo es dir möglich ist, dass du dich zuerst auf eine höhere Schwingung begibst und dann die Handlung ausführst, ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel einen Artikel schreiben musst, sagen wir jetzt mal, du musst für deine Arbeit oder für das Studium oder für die Schule einen Artikel schreiben, ja. Wenn du jetzt in dieser, in einer tieferen Schwingung bist und dich dann hinsetzt, um den Artikel zu schreiben, dann wird der Artikel nicht so gut sein, erstens mal. Die Arbeit wird dir sehr mühsam vorkommen und es wird einfach harzig werden, ja. Wenn du dich aber jetzt, bevor du dich hinsetzt, und diesen Artikel schreibst, auf eine höhere Schwingung begibst, ja, dann wirst du Ideen erhalten, wie du diesen Artikel richtig gut schreiben kannst. Und diese Ideen kommen dir, wie gesagt, nur auf diese hohen Schwingung und ansonsten kannst du sie wie nicht hören in dem Sinn, ja. weil vielleicht fragst du dich auch, ja, woher kommen denn diese inspirierten Handlungen? Was genau bestimmt, wann ich welche Ideen habe? Und das ist eine sehr gute Frage, nämlich ist das dein inneres Wesen, ja. Dein inneres Wesen ist ein Teil von dir, der ist in dem Sinn unsichtbar, das ist nicht der Teil, den du im Spiegel siehst, ja. Aber dein inneres Wesen hat einen riesigen Überblick über dein Leben und dein inneres Wesen weiß, was du möchtest, es weiß, was du auch nicht möchtest, es weiß, wo du hin möchtest, es weiß, wo deine Wünsche sind, es weiß, was du machen musst, um zu deinen Wünschen zu gelangen. Und dein inneres Wesen ist immer auf einer ganz, ganz hohen Schwingung, es ist die Schwingung von Liebe, ja, weil das ist dein innerer Kern. Du bist in deinem tiefsten Inneren, bist du wirklich diese pure positive Energie und auch Liebe in dem Sinn, ja. Und dein inneres Wesen ist, wie gesagt, hier auf dieser hohen Schwingung und wenn du dich auch auf diese hohe Schwingung begibst, dann sind ihr zwei eigentlich wie, ja, im Einklang, ja, ganz klar und dann kann dein inneres Wesen mit dir kommunizieren in Form von Ideen, von Impulsen, von Handlungen, ja. Wenn du jetzt aber nicht auf der Schwingung von deinem inneren Wesen bist, dann sendet dein inneres Wesen zwar immer diese Ideen, weil dein inneres Wesen liebt dich, ja, und ist immer für dich da, aber du kannst es wie nicht empfangen, ja, das ist wie bei einem Radio, wenn du ihn, wenn du nicht die richtige Frequenz eingestellt hast, dann kannst du den Radiosender nicht empfangen und so ist das Ganze auch. Aber sobald du hier auf diese Frequenz kommst, wo dein inneres Wesen ist, wo du dich so richtig gut fühlst, dann wirst du Zugang zu diesen Ideen haben. Also, die Kira hat noch was geschrieben, Moment mal, jetzt muss ich da kurz hochscrollen, mit den nervtötenden Nachbarn, hat sie geschrieben, soll ich denen eine tolle neue Wohnung wünschen oder mir? Und dann hat sie noch geschrieben, ich hatte solche Panik vor weiteren Ehrennachbarn, dass ich genau die bekommen habe. Oh, das tut mir wirklich leid. Ja, das kenne ich sehr gut, da war ich auch mal in so einer Situation. Ich weiß, wie das ist, das ist richtig mühsam. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das hier kurz zu beantworten, aber ich würde einfach für mich schauen, beziehungsweise für dich würde ich schauen, dass du dich trotzdem gut fühlst, also dich so gut fühlst, wie möglich, ja, weil entweder werden dann die Nachbarn ihr Verhalten ändern, ja, weil das nicht mehr zu deiner hohen Schwingung passt oder die Nachbarn werden vielleicht sogar ausziehen oder du kriegst auf einmal eine bessere Wohnung. Ja, das ist ein Tipp, das ist jetzt wirklich nur ganz kurz gefasst. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Genau, wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann stellt ihr mir sie bitte gerne. Ich fasse das nochmal zusammen. Also, wenn du dich mit deinem Wunsch in den Einklang gebracht hast, dann wirst du inspiriert zu gewissen Handlungen, die dich an dein Ziel führen. Und diese Handlungen kannst du daran erkennen, dass sie sich gut anfühlen, dass sie Spaß machen, dass sie dir leicht von der Hand gehen, auch wenn da viel Arbeit dahinter steckt, aber es geht trotzdem leicht. Es fließt, du bist im Flow, die kommen ganz, ganz viele gute Ideen und du kannst dich fast nicht davon abhalten, diese Handlung zu machen. Ich habe das Beispiel genommen mit der Jobsuche, dass wenn du dich in den Einklang mit deinem Job begibst, dass du dann plötzlich Impulse bekommst, um zu handeln. Es kann sein, dass du plötzlich jemanden anrufen möchtest, dass du auf eine bestimmte Internetseite gehen möchtest, dass du vielleicht einen Lebenslauf nochmal überarbeiten möchtest. Das kann alles Mögliche sein, aber es fühlt sich gut an. Du willst diese Handlungen machen und diese Handlungen kommen aus einem positiven Gefühlszustand. Wenn du jetzt aber auf Jobsuche bist und du bist total ängstlich und handelst aus einem negativen Gefühl, dann kann es gut sein, dass du zwei Stunden im Internet surfst und kein einziges Resultat davon erhältst, dass du nicht die richtigen Jobinserate siehst, dass du deinen Lebenslauf nicht so gut schreibst, wie es eigentlich möglich ist und so weiter. Also diese Handlungen bringen dich nicht weiter und die uninspirierten Handlungen kannst du daran erkennen, dass sie sich schlecht anfühlen, dass du sie aus einem negativen Gefühlszustand machst, dass sich das harzig und mühsam und frustrierend anfühlt und dass du es eigentlich gar nicht machen möchtest. Und wenn du merkst, du bist noch nicht in diesen inspirierten Handlungen drin, dann ist es ein Zeichen, dass du hier nach Arbeit zu leisten hast, dass du dich in den Einklang mit deinem Wunsch bringen musst, damit du hier auf der gleichen Frequenz bist, um dann diese inspirierten Handlungen zu empfangen. Wenn du nämlich, also wenn du, wie gesagt, eine Methode noch suchst oder brauchst, wo du das spielend einfach jeden Tag machen kannst, dann kann ich dir meine Videoserie empfehlen. Ich werde den Link nachher unten reinstellen und dann kannst du dich da anmelden und wirst wirklich eine super Methode bekommen, mit der du dich sehr, sehr leicht und einfach in den Einklang mit deinem Wunsch bringen kannst. Jetzt habe ich hier noch ein paar Kommentare. Die Karin hat geschrieben, Hallo Nadine, was ist, wenn ich positiv manifestiere, aber mein Mann negativ dazu denkt? Er sieht oft nur, was alles schief gehen könnte und ich, was alles gut gehen kann. Ja, dann würde ich einfach an deiner positiven Vision festhalten und ignorieren, was dein Mann sagt oder denkt und einfach, dass du im Einklang mit deinem Wunsch bleibst, weil dann wirst du das anziehen, was auf der Schwingung ist, was du möchtest und vielleicht, wenn du da stabil bist, wird dein Mann auch zu dir hochkommen, wenn er von seiner Schwingung da flexibel genug ist und ihr werdet beide das bekommen, was ihr möchtet. Also ich würde da wirklich schauen, dass du deine Stabilität halten kannst, dass du dich, ich weiß, das ist nicht einfach, dass du dich nicht von ihm beeinflussen lässt und einfach denkst, okay, das ist seine Meinung, er erschafft sich seine Realität selbst, genauso wie ich, aber ich kann mich auf das fokussieren, was ich möchte und auch dann das anziehen, was ich möchte. Dann hat mir noch einen anderen, die Pia, geschrieben, wie komme ich auf die gleiche Schwingung mit meinem Inneren, genau, wie gesagt, Pia, du kannst gerne meine kostenlose Videoserie abonnieren, kannst dich dafür anmelden, ich werde den Link nachher gleich unten reinstellen und da ist eine fantastische Methode, mit der du dich auf dein Inneres, also in den Einklang mit deinem inneren Wesen bringst und dich wirklich jeden Tag super, super gut fühlst und dich auch so fühlst, als hättest du deinen Wunsch schon. Genau, also ich bin jetzt noch da, wenn ihr noch Fragen habt, wenn du eine Frage hast, dann kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben, ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, das hat, das hat dir geholfen, das zu verstehen und wie gesagt, mein Tipp für dich, achte dich im Alltag, sind die Handlungen, die ich ausführe, inspiriert oder uninspiriert, ja, mache ich das aus einem negativen Gefühl wie Angst oder Sorge oder Wut oder mache ich es aus der Freude, aus dem Gefühl der Befriedigung, aus dem Gefühl von Leidenschaft, dass du hier auch für dich spürst, wie geht es mir, wie fühle ich mich und wie handle ich dann in diesen Gefühlszuständen, weil wenn du das ein bisschen beobachtest bei dir, dann wirst du schauen, dann wirst du den Zusammenhang richtig gut erkennen können, also ich merke das auch bei mir persönlich, wenn ich jetzt mal, wenn es mir mal nicht so gut geht, was sehr selten vorkommt, aber manchmal kommt es halt immer noch vor, das ist natürlich auch völlig okay, dann merke ich, dass diese Handlungen, die ich dann ausführe, mich eigentlich gar nicht wirklich weiterbringen, ja, wenn ich dann aber wieder hier in dieser hohen Schwingung bin, dann habe ich wirklich so viele Ideen, dann muss ich die sofort auf ein Blatt Papier bringen, ich muss sie sofort aufschreiben und wenn ich sie dann ausführe, dann komme ich wirklich weiter, es ist ganz, ganz faszinierend, kann dir wirklich nur empfehlen, dieses Bewusstsein zu schärfen, den Fokus zu schärfen und dich zu fragen, wie fühle ich mich, wenn du dich nicht gut fühlst, dann handle lieber im Moment nicht, wenn du kannst, in dem Rahmen, wo du kannst, weil es ist besser, nicht zu handeln, aus einem negativen Gefühlszustand, ja, als nichts zu machen, also, tut mir leid, jetzt muss ich das nochmal sagen, es ist besser, nicht zu handeln, als aus einem negativen Gefühlszustand zu handeln, ja, also mach lieber nichts und bring dich zuerst auf eine hohe Schwingung und handle dann, weil wenn du immer aus einem negativen Gefühlszustand heraus handelst, dann wirst du merken, und du bist in diesem Hamsterrad und nichts verändert sich, ja, also, ich habe jetzt keine Frage mehr gesehen, dann wünsche ich dir einen ganz schönen Abend noch, eine gute Nacht und falls du das im Replay dann noch schaust, dann kannst du gerne deine Fragen auch nochmal in die Kommentare schreiben und ich komme auf dich zurück. Ich hoffe, das hat dir geholfen und wie gesagt, melde dich für die kostenlose Videoserie an, wenn du eine super Methode haben möchtest, wo du dich jeden Tag mit ganz viel Freude auf die gleiche Schwingung von deinem Wunsch bringen möchtest. Also, gute Nacht zusammen. Tschüss.